Was macht das Rail Service Center Dortmund so unik? Die Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Siemens zusammenarbeiten, damit draußen auf der Schiene eine bestmögliche Qualität entsteht. Besonders an unserem Rail Service Center ist, dass wir vollkommen auf das digitale Service-Produktportfolio der Siemens Mobility ausgelegt sind und da hochmoderne Technik mit moderner Instandhaltung miteinander verbinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017